Wolfinas Bergabenteuer Wolfina fürchtete sich vor der Dunkelheit in der Höhle. Sie entschied sich, einen anderen Weg zu suchen. Wolfina versuchte, um die Höhle herumzukommen. Sie entdeckte viele schöne Orte, aber keinen Schatz. Das machte sie traurig. Ein Eule namens Eulalia sah Wolfina. Warum vermeidest du die Höhle? fragte Eulalia. Wolfina seufzte tief und erzählte von ihrer Angst. Eulalia lächelte weise. Manchmal zeigen uns gerade die dunklen Orte das Licht, sagte sie zu Wolfina. Ich helfe dir durch die Höhle. Zusammen betraten Wolfina und Eulalia die Höhle. Drinnen war es dunkel, aber auch ruhig und still. Wolfina spürte ihre Angst schwinden. Schritt für Schritt ging Wolfina weiter. Sie merkte, dass die Vermeidung sie zurückhielt. Ich kann das, flüsterte sie zu sich selbst. Am Ende der Höhle war das helle Tageslicht. Dort lag auch der Schatz. Wolfina hatte ihre Angst überwunden. Jetzt war sie glücklich und stolz. Wolfina kehrte mit dem Schatz zu ihrer Familie zurück. Sie hatte gelernt, dass Vermeidung nicht die Lösung ist. Mut und Freundschaft öffnen neue Wege. Jetzt herunterladen und jeden Tag neue Geschichten entdecken.